Hallo Leute, so, wir fanden nach Hause, wie findet ihr das? Du findest es gut, dass wir nach Hause fahren? Ja, schlecht. Und du? Findest du es, dass wir nach Hause fahren? Gut. Ich habe gerade uns im laufenden Video jetzt immer auf Niklas konzentrieren. Ich habe keine weiteren Fragen. Ich fange jetzt auch an. Es ist jetzt soweit, Junge. Erster Tempolauf, Comeback des Comebacks. Vom Comeback von Niklas Hase, siehs Comeback. Junge, let's go. Was steht heute auf dem Plan? 10x200. Junge, 10x200. Ja. Erstes, erste Team Session nach, wie lange Pause jetzt? Vier Wochen. Vierwöchiger Pause, okay. Und Zielstellung, Staffel Gold im Sommer. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, and you just can't get into it, because they would never understand. So sieht's aus. Und DM. Und DM. DM Finale. Mission DM Finale, let's go. In Hessen. In Hessen, Junge, in Kassel, in der Heimat. Okay. Okay, dann fang. Du kannst jetzt einfach schon. Der Anfang fällt noch ein bisschen schwer. Ist nicht mehr gewöhnt. Okay, los geht's. Boah, das ist jetzt schön aus. Ja? Und? Und? 30. 30, süße. Junge, unglaublich. Ja. Da sieht man die unglaubliche Schnelligkeit. Coach, was sagst du zum Comeback? Super. Junge, für die zweite Serie jetzt schneller Outfit ausgepackt. Ja. Bisher, einwandfrei. Solide. Sieht aus, als ob er niemand weg war. Also Niklas, mehr oder weniger. Stark. Ich frau mich halt, was das hier ist. Ja, fünf, vier, drei, zwei. Was soll das sein? Also bist ja jetzt schon bei drei. Also deswegen. Was ist das? Was denn? Das? Ach so. Also bist ja jetzt schon bei drei. Ja, ich schau. Ja. Willst du doch zur Stellung beziehen? Okay, let's start off. Let's start off. Let's get it. Die Läufe, erste Serie in 29, zweite Serie 28, 27. Wir sind gespannt. Mega-fasi. Schlägt sich wacker und eisern. Okay. Junge, Maschine einfach. Dann hat es kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Was sagt der Coach? Super. Sehr gut. Sehr gut. Was sagt der Athlet? Niklas? Der Athlet sagt noch nicht. Der Athlet muss erstmal kurz ausruhen. Der Athlet war ja auch so schnell, der Athlet. Deswegen, wenn er nicht zu schnell geht, welcher würde sie gerne sagen? Was sagt die Trainingspartnerin? Das sagt die Trainingspartnerin. Zum Niklas? Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Und dann? Weiter so. Zwei rausgestoppt, die waren bei mir aber alle 27. 27. Und 27. Oder 79 waren sie. Und letzter da? 27. 28. Okay. Soll es. Ja. Von den Beinen her super. In der letzten Serie kam ein bisschen die Luft. Ja, genau. Aber gar nicht dann. Ja, weil da, das ist wahrscheinlich das, was am meisten fehlt. Weil sonst so kraftmäßig, wirst du wahrscheinlich da nicht viel verloren. Nee, und ich hab so ein bisschen die Kurve laufen. Also dadurch, dass ich das so lange nicht mehr gemacht hab, wusste gar nicht, wie ich meine Beine setze in der ersten Kurve. Ja. Aber sieht gut aus, sieht locker aus. Fluffig. Geschmeidig. Und die Pausen waren ja jetzt auch mit 9 Sekunden, das ist ja relativ kurz. Ja, das waren immer so 80, 90 Sekunden. Genau. Niklas hat sie mit Trabpause. Das heißt schon was, ne? Ja. Das ist halt unglaublich, dass die Welt das noch erlebt, Junge. Ja. Krass. Krass. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, echt so. Einfach, come back stronger sozusagen. Ja. Freiklas. Schön. Unterlaufen, Marie, das reicht so. Zu schnell. Nicht, ja, nicht mehr ansteigen, mehr muss nicht ansteigen. Was sich die Zuschauer fragen, wie kann man so schnell laufen? So. Was soll das? Was ist das heute hier für eine Trainingsgruppe? Mit, 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 mit welchen Leuten bin ich hier unterwegs? Was willst du, willst du dazu was sagen? Tschüss. Auslaufen. Auslaufen. Auslaufen, Niklas. Auslaufen. Drei Röntgen. Ja. Aber es könnte ja zu anstrengend werden heute. Ne, ne, ne. Das ist sicherlich nicht das Röntgen. 600 Meter. 600 Meter. Sind Sie sicher? Ja. Ja. Nicht, dass ich zu viele Kilometer mache. 600 Meter schaffst du. Geschwindigkeit verlieren. Und man muss auf die Fast-Touch-Phase noch auffassen. Da reden wir noch nicht von Kilometern. Mach zu viel Meter, wenn schon. Ja. Ja. Ich schau genau hin. Hasi, Niklas. Eine Runde noch, ne? Noch eine Runde. Eine Runde noch. Wir haben es gemerkt. Auf geht's. Nicht schummeln. Junge. Ein waschechter Fighter. Letzte Meter. Schafft. Erster Tag des Comebacks erfolgreich. Stark. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Hört sich gut an. Ja, oder? Okay. Okay. Good luck. Good luck. Und da.